Das diesjährige Seaget Festival war wieder einmal extrem bunt, lustig und mit jeder Menge musikalischer Highlights gespickt. Über eine halbe Million Menschen kamen, feierten und chillten auf der Insel des Friedens in Ungarns Hauptstadt. Highlight mit Sicherheit das Anfangskonzert von Ed Sheeran, wo mehr als 90.000 Menschen auf dem Festivalgelände waren. Zwischendurch wurde erstmal etwas lauter und die Behörden drohen nun mit Bußgeldern für den Veranstalter. Aber Hauptsache es hat Spaß gemacht und Seaget ist schließlich auch ein Fest des Friedens. Also, dann darf es auch schon mal laut werden. Peace!